Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen zurück zum EM-Orakel. Diesmal haben wir uns überlegt, dass wir in den Landesgeschäftsstellen vom GJW anrufen und die Leute nach ihrem Tipp fragen. Jedes Mal, wenn wir jemanden erreichen, ist das ein Punkt für Deutschland und jedes Mal, wenn wir keinen erreichen, dann ist das ein Punkt für Frankreich. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich bin zurzeit leider nicht zu erreichen. Gerne eine Nachricht nach dem Piep. Ich bin derzeit nicht am Arbeitsplatz, freue mich aber über eine Nachricht nach dem Signalton. Sie können mir gerne eine Nachricht auf den AP sprechen und ich rufe Sie dann in Kürze zurück. Vielen Dank. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du auch gerne eine Nachricht hinterleiten, am besten mit Telefonnummer und deinem Namen. Vielen Dank. Ja, Halbfinale 2-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland, okay. Ich tippe 3-2. 3-2 für Deutschland. Das Spiel gegen Frankreich. Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Das ist eine gute Frage. Ich tippe 2-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland? Ja. Okay, gut. Dann vielen Dank und schönen Tag noch. Gerne. Ciao. Ciao. Okay, dann wollen wir hoffen, dass die Leute mit ihren Tipps besser liegen als unser Orakel.